Christina, gratuliere mit dem Sieg hier in GZ. 19,30 Meter, da haben Sie eine Erklärung für, ne? Natürlich. Also der Wettkampf war nicht so gut. Wir sind ins Stadion geführt worden, dann hat es sehr stark angefangen zu regnen. Dann sind wir wieder rein, dann gab es keinen Raum für uns. Dann sind wir auf Toilette gegangen, damit wir da warten. Dann waren wir fünf Minuten da, dann sind wir wieder ins Stadion geführt. Dann hat es wieder angefangen zu regnen, mussten wir wieder warten. Dann durften wir endlich anfangen. Dann habe ich noch mich mit dem Schiedsgericht rumgestritten, weil ich meinen Fuß angeblich auf die Ringkante am Start gesetzt hätte, was nicht so ist. Kann aber durch Kamera nicht bewiesen werden, somit ein ungültiger Versuch. Und so pusht sich der Wettkampf ins Negative hoch. Mental wirkt das schon durch. Richtig, genau. Es macht keinen Spaß. Und jetzt 19,30 Meter ist ja aber nicht so ganz, was Sie jetzt schon mit dem 2020 gestoßen haben dieses Jahr. Ist leider nicht so schön, aber die Vorgeschichte vom Wettkampf erklärt damit einiges. Und auch ein Stück weit eine Verunsicherung vom Schiedsgericht ist, ja, Konkurrenz, damit kann man leben. Aber wenn der Schiedsrichter einen so unfair behandelt, das muss man erstmal lernen. Und jetzt jetzt, Sie haben gewonnen. Die zwölf Punkte sind da. Wie gehen Sie jetzt in die Saison? Die 2020 Richtung Moskau. Das muss schon so ein sehr positives Gefühl geben. Ja, ich möchte gerne noch ein bisschen weiter stoßen. Ich hoffe, das gelingt mir noch. Und in Moskau natürlich dann umso mehr zeigen, was ich kann. Und nicht so wie heute. Was steht denn jetzt weiter noch aufs Programm zwischen jetzt und Moskau? Wir haben noch deutsche Meisterschaften. Dann habe ich noch zwei Wettkämpfe, bevor wir dann in die direkte Vorbereitung von Moskau gehen. Und dann ist ja schon die WM da. Jetzt ist noch GZ mit dem, mit deutsches Team. Ja, aber das hat kein gutes Ergebnis. Also die zwölf Punkte für Deutschland sind sicher und das ist wichtig. Aber das Ergebnis ist nicht gut. Das vergessen wir dann schnell. Genau so. Danke. Tschüss.